Hallo, mein Name ist Julia Schander, ich bin bei Goodman Germany im Business Development tätig und ich möchte Ihnen hier heute in Seevetal in unserem Light Industrial Park unser neuestes Nachhaltigkeitsfeature vorstellen. Wir haben uns als Ziel gesetzt, die Energieeffizienz unserer Immobilien zu maximieren und die Energiebezüge aus erneuerbaren Quellen zu erhöhen, sowie komplett auf fossile Heizungssysteme zu verzichten. Hier an dem Standort in Seevetal haben wir unsere erste Wärmepumpenanlage verbaut und in Betrieb genommen. Hier an dem Standort handelt es sich um ein Luft-Wassersystem, welches als sehr effiziente Form der Heizungsklima- und Lüftungssysteme gilt. Die Anlagen funktionieren wie folgt. Die Wärmepumpen entziehen der Außenluft Wärme oder Kälte und geben sie an ein wasserbasiertes System ab. Ein Wasserkreislauf dient als Energieträger der erzeugten Wärme oder Kälte. Die erzeugte Wärme oder Kälte kann zur Beheizung oder zur Kühlung von Innenräumen dienen. Für jede Energieeinheit, die eingeführt wird, können mindestens drei Energieeinheiten abgegeben werden. Somit ist dieses System erheblich effizienter als herkömmliche Heizsysteme. Darüber hinaus verwendet unsere Wärmepumpe gegenüber herkömmlichen Kältemitteln ein hundertprozentiges natürliches Kältemittel. Die Systeme nutzen R290 Propan. R290 ist eine organische Verbindung und hat weder Ozonabbaupotenzial noch nennenswerten direkten Treibhauseffekt. Die Europäische Union verhandelt aktuell darüber, dass ab 2032 nur natürliche Kältemittel zugelassen werden. Und wir möchten proaktiv unseren Teil zu dieser Entwicklung beitragen. Die Vorteile einer Wärmepumpe gegenüber einer Gasheizung sind wie folgt. Erstens höhere Energieeffizienz, Wärmepumpen können mehr Wärme erzeugen, als sie elektrische Energie verbrauchen. Zweitens Nachhaltigkeit. Wärmepumpen nutzen erneuerbare Energiequellen wie die Umgebungsluft oder das Erdreich. Drittens Kosteneinsparung. Die Betriebskosten sind im Vergleich zu einer Gasheizung in der Regel niedriger. Durch die steigende CO2-Besteuerung in den kommenden Jahren wird trotz der hohen Strompreise die Wärmepumpe günstiger sein. Wenn auch für Sie Nachhaltigkeit eine große Rolle spielt und Sie nach einer nachhaltigen Immobilie für Ihren Geschäftsbetrieb suchen, dann sprechen Sie uns direkt an.